Können wir nochmal? Ist es live gewesen jetzt gerade? Nein? Okay, Entschuldigung. Na, schon gehört Karl Theodor von und zu Guttenberg. Er kehrt angeblich zurück in die deutsche Politik. Ja, ja, genau, der hier. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde. Ach, der Baron aus Bayern hat ja vor sechs Jahren als Verteidigungsminister abgedankt, weil er in seiner Doktorarbeit abgeschrieben hatte. Aber Bild meint nun gehört zu haben, dass CSU-Chef Seehofer dem Guttenberg schon ein relevantes Ministeramt im nächsten Bundeskabinett reserviert hat. Sind auch schon alle ganz hibbelig. Hier. Überall Schlagzeilen zum angeblichen Polit-Comeback des Jahres, zur Operation Rückkehr und wie Guttenberg die Bierzelte füllen wird. Ja, und bei Sat.1 Bayern sind sie auch schon ganz aufgeregt wegen Ex-Dr. Gutti. Ganz plötzlich wird er für die höchsten Ministerämter in Berlin gehandelt. Ja, nee, niemand handelt den, außer vielleicht der Seehofer, weil der Guttenberg ihm nützlich sein kann vor der Wahl. Und deshalb ist der Horst dem Karl Theodor auch sehr dankbar. Ich bin dem Karl Theodor sehr dankbar, dass er ein Teil dieser Mannschaft ist und uns in der einen oder anderen Veranstaltung unterstützen wird. Ja, der Guttenberg soll der CSU im Wahlkampf helfen, hat der Seehofer eben im März so gesagt. Er strebt ja jetzt keine Position an, sondern er will seiner Familie helfen. Seiner CSU. Seiner Familie helfen. Ja, es funktioniert. Die PR-Maschine Guttenberg rattert ja schon. Laut Bild-Zeitung ist die Rückkehr von zu Guttenberg in die Bundespolitik beschlossene Sache, und zwar als Außenminister. Gut, das stimmt jetzt gar nicht, aber zum Glück hat Sat.1 Bayern ja einen Politikwissenschaftler eingeladen, der das nochmal kurz erklärt. Also beschlossen ist da überhaupt nichts. Und die CSU und Herr Seehofer können nicht allein beschließen. Ja, da müssen schon noch so ein paar Leute, also hier zum Beispiel der Dings. Ob ein entsprechender Beschluss von Herrn zu Guttenberg getragen wird, steht auch auf einem anderen Blatt, denn er hat ja erst vor zwei Tagen erklärt, dass er in die Politik nicht zurückkehren will. Genau, das hat der Guttenberg jetzt schon zigmal gesagt, weil er immer wieder danach gefragt wird. Und immer wieder sagt er, dass er kein politisches Amt haben will. Und immer wieder gibt's neue Aufmerksamkeit. Es kommt Seehofer darauf an, im Bundestagswahlkampf ein propagandistisches Zeichen zu setzen. Das mag gelingen, aber ich glaube, es muss auch nicht unbedingt gelingen. Och, läuft doch so ein Politikwissenschaftler, der mal live on air erklärt, dass das CSU-Wahlkampf ist, was da viele Medien gerade mit bestreiten. Aber wenn man einen bescheidenen Beitrag... Wenn man einen bescheidenen Beitrag dazu leisten kann, für diese Familie dann gerne. Klar, ganz bescheiden, der neue Herr von und zu. Das kann natürlich alles Kalkül sein. Also vorher erstmal alles dementieren, nix wollen. Und wenn die Wahl dann gut ausgegangen ist für die CSU, dann... Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein? Okay, Entschuldigung. Tja, und dann wäre er plötzlich doch wieder da. Und was hilft da besser, das einzufädeln, als so ein kleiner Guttenberg-Hype? Zum Beispiel mit einer Bild-Umfrage, über der nun groß steht. Die Mehrheit der Deutschen will Guttenberg zurück. Mehr als 60 Prozent, schreibt Bild, fehle es an charismatischen Politikern wie Karl Theodor zu Guttenberg. Ist das nicht nett? Bild hat Guttenberg schon in der Umfrage charismatisch genannt. Und toll, zu Guttenberg. Erst hochgeschrieben, dann niedergemacht und jetzt so langsam wieder... Also nur, falls irgendjemand fragt, wie so ein Medien-Hype entsteht. Aber Vorsicht, Sie wissen ja. Es ist bekannt, dass die Mechanismen im politischen und medialen Geschäft zerstörerisch sein können. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020